hallo und herzlich willkommen hier auf der marsch er war an der ecke stehen geblieben hat sich fast gefahren und ich werde mal schauen von der färbung her müsste er eigentlich nächste spur aber ich hätte auch noch so klappt entweder hier hier ist die andere da muss er um anfangen dann haben wir wahrscheinlich schon die kurve gefahren und dann wollte er sicherlich oder sie keine ahnung ist ja hier meistens mal so mal so die kurve so links rum fahren am zusammen zahlen geblieben dann gäre es daraus oder würde es tun wenn es nicht so das ist ja ideal ist ja kosten günstig kostet ja nichts eigentlich muss er noch weg anführungszeichen so der ist eingestellt wo sie den fahrer nicht wahrscheinlich so das ist wie ein witz ne dir so wird das nichts hier wir müssen was tun warum machst du nix vor allem klappen zu machen wenn er noch fährt geht das ach bestimmt bei den wenden oder er hat sich entschieden ob er schon fahren wird kann sein aber ich wollte es eh übergeben muss mich um den dings kümmern ja gut typisch er hat sich mit geholt den roten drescher muss ich haben den müssen aber von der uhr weg nehmen sonst steht er im weg also schlecht übrigens ich finde schon mal schönen samstag das wäre soweit wir können den roten und wir können auch den grünen nehmen wo haben wir ein maisgebiss von wem hat der grüne maisgebiss da in meinem grunde würde für beide funktionieren das ist da glaube ich egal in echt wird es glaube ich nicht egal wir haben grün ich glaube nicht dass die von der hersteller prinzip alles identisch ist vielleicht haben sie standards weil ja auch oft schneidwerke also andere genutzt werden das ist ja so und nicht weiter was neues aber würde ich mal nicht die hand ins feuer legen dass alles passt und vielleicht gibt es adapter dafür also ein hersteller der prinzip für alle herstellt muss auch um die verkauft zu können notfalls adapter anbieten können sonst machen wir hier richtig um die ecke und wird auch mit nichts mit dem verkauf damit die nicht passen ja das war schon richtig gewesen bin 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 tütelig ist schon lange her er ist genau da oben beim beim kuhstall so war das gewesen ja den haben wir gekauft und den auch nie mehr genutzt weil grunde schweinefutter und malzucker rügen dazu nehmen oder so eine schnitzel und von der nicht auf der fabrik dann läuft das könnte ich hier eigentlich das auch machen also mit pga zum beispiel wenn wir nicht da so hat das auch für mais nicht würde auch für sammlung gehen zum not ja auch nehmen es gibt die lage auch alle das haben wir neu ja extra jetzt soll ich haugen so quatsch kommen wir durch doch gerade so so glaubt 12 oder so wäre ganz praktisch ja mit mais klappt nicht so richtig irgendwo stehen die plan liefern ist schon mal ein problem das ist noch keine chance aber recht blinkt die wohl aber irgendwas steht weiß nicht genau was dreschein laden ja gut doch das ist klar hier spinnen die burschen was er steht ach ich weiß wo beim kuhstall beim kuhstall stehen sie alle ausklappen da muss aufgehen da muss aufgehen so reif ne ja passen sie gerade hier rein 2,2 m 1,4 m 6,6 m 11,2 m 1,2 m gut fang mal durch dich wollten wir haben und abladen eigentlich da kann zuerst vollgemacht werden scheint zu funktionieren ja jetzt die klappt auch genau müsste eigentlich Mineralfutter wenn er bald hinkommt eigentlich schon da kann er unterstehen bleiben das müsste eigentlich zu den rücker rüber hin den checken wir hin auf Feldnummer ich glaube hier oben irgendwo 80 wird dort sein volles Programm erst mal Feld 80 ja wo da eigentlich was Probleme geben könnte ne längerfristig würde ich den anderen kaufen aber ja wird ja wieder da reichen für die paar Rüben die wir vorhaben zu brauchen da drüben müssten wir aber am besten das war ja reingeben so da kann er sich auch suchen wo er fahren will so trifft ich ne da hat man denn nichts ist jetzt kurs nicht anzeigen lassen muss auch nicht sein gut das muss funktionieren tschuldigung ja 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 das kommt ja nicht klar die erste Runde meistens ne ja 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 das ist ja nicht toll ne ob so ein armesgebirz besser wäre ob so ein armesgebirz besser wäre ach glaube ich ja nicht ne oder sicherlich nicht wir können ja mal das nächste Felder probieren so so der Abfahrer ist schon da da muss ein Abfahrer suchen für Rüben dich nicht ach da könnte man aber zu hoch du wirst die Anna länger nehmen das die kleinen die Ruders sind ganz gut die wir haben so dann ist das Lager auch leer ja so kippt dann ab aber der hat auch dann links abgekippt der Wind ist leer ne ja bisschen kann man auch einlagern das muss man reparieren du ah richtig kaputt alles kaputt hinteres 400 drinnen ah das ist schlecht wird doch leer ne sonst wird blöd nächstes Mal fahren wollen dann ist was drinnen so brauche jeden Fall den Traktor den Anhänger brauchen nicht von Rüben nur so zu hoch oder würde ich meinen das war schon heftig aber ich glaube das ist äh ja wird immer heftiger ne muss man irgendwann mal neue Traktoren kaufen das Geld muss da sein aber ja normalerweise wenn die Fahrzeuge regelmäßig gewartet werden ja dann die Teile kaputt gehen das ist normal das eine oder andere ne da nix rechts Rudolf Rudolf die kleinen grünen die kleinen grünen das ist ja auch noch ein steht schwer muss ja alles vorbereitet sein ne so 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 Ha ha ha, ich bin ein Möbel, aber ich kann. dann schicken wir die auch zur feld 80 jetzt mal zumindest vorbereiten wenn die rüben sind ich glaube schon und dann möchte ich gucken hat sie gut aus ja das ist ja der große geschoss hier ist die marsch hat noch alte straßen mit einer arbeitsbreite in österreich hast du straßen teilweise bei der passende zweifahrzeuge nebeneinander hin und so könnte theoretisch verholen bei gegenverkehr aber ich tue es dann doch auch nicht gut viele viele haben wir uns nicht das würde ich machen jetzt die kurve mag er nicht aber gut da sind wir durch ich müsste mal gucken was sie hier war also da guckt also die bildung nicht bekommen dass sie jetzt meine verkaufen also nun keine geboren einfach gucken was kuschel sagt wurde das gut eine millione das so kraftfutter ist alles passt alles so küken auch passt auch bei hohen das sind die einzigen die eier legen die sind noch zu jung die alles ja glaube ich sind die haare das sind jung händen so mal gucken ob wir an schweine haben wir haben ferkel ferkel aus kleinen läufe das monat hier so oder tier ewe er geht immer 71 das ist alter 8 im november verkauf also verkauf die können mit theoretisch bei neuen zum schlachtdruck bringen dann muss das passen der preis passt sich da schon an dann kann man ungefähr sagen das ist jetzt optimale gewicht und da das sind saugen das sind 16 also mit 16 als 37 die können auch dann zum schlachthof bei kühlen war nichts also futter mäßig ist alles ok naja das läuft wenn das gleich anläuft dann soll ich schon das soll schon für heute gewesen sein ich wünsche mir allen schönen rest samstag und schon mal einen schönen sonntag für morgen ja dann geht es morgen weiter hier der marsch mal gucken was ich jetzt noch anliegt was ich auch so was ich ach hier mal gucken wegen ja kompost ist fast voll ja ich sag mal tschüss tschau und bis zum nächsten mal tschüss 13 ja 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 ja